Wir müssen über Abu sprechen, ich habe zu verschiedenen Produkten von dem Hersteller schon Videos gemacht. Die bekanntesten sind wohl Peak Abu und die Little Paws. Viele Windeln haben mir gut gefallen, manche waren eher mittelmäßig. Alles in allem ist mein Eindruck positiv gewesen. Seit einiger Zeit ändert sich das leider mehr und mehr, das liegt vor allem am Preis. Die Peak Abu werden mittlerweile nur noch für 35,95 Euro angeboten, das sind rund 3,60 Euro für jede einzelne Windel. Das finde ich aus zwei Gründen extrem. Erstens ist sie damit die teuerste Windel, die ich bis jetzt im Test hatte. Unter über 50 Videos, von denen die meisten Windeltests waren. Zweitens war das vor nicht allzu langer Zeit noch ganz anders, der Hersteller hat hier eine beispiellose Preiserhöhung durchgeführt. Zum ersten Mal habe ich die Peak Abu für 20,75 Euro pro Packung gekauft, das entspricht rund 2,08 Euro pro Windel. Hier eine Archivseite vom 29. Juni 2022. Leider fehlen in der archivierten Seite manche Bilder, deswegen sieht die Seite etwas kaputt aus. Den Preis kann man trotzdem unten links sehen, 20,75 Euro für eine Packung. Ein für die Qualität und vergleichsweise geringe Saugleistung angemessener Preis. Diesen Preis hat man nur in freien Shops bekommen. In ABUS-eigenem Shop hat eine Packung damals schon 35,95 Euro gekostet. Es gab also überhaupt keinen Grund, bei Abu überteuert zu kaufen. Offensichtlich hat Abu Druck gemacht, denn es gibt mittlerweile keinen freien Shop mehr, der die Windel für 20,75 Euro je Packung mit 10 Stück anbietet. Alle haben auf satte 35,95 Euro erhöht. Auf der Facebook-Seite von Diaper Minister hat sich jemand bei der ebenfalls von Abu stammenden Little Kings in einem Kommentar darüber beschwert. Die Little Kings sind noch teurer, weil sie aus Karten statt Folie sind und kosten daher rund 40 Euro für eine Packung mit 10 Stück Inhalt. Darauf antwortete der Shop, dass die Preise von Abu vorgegeben sind. Offensichtlich dürfen die Shops also nicht mehr zu einem günstigeren Preis verkaufen. Von 20,75 Euro auf 35,95 Euro bei der Peak Abu entspricht einen Preisanstieg von über 73%, also bald einer Verdopplung. Bei der Little Kings kann ich höhere Preise ja grundsätzlich noch verstehen, Windeln aus Karten werden von deutlich weniger ABDL gekauft. Also hat man eine geringere Produktionsmenge und möglicherweise höhere Lagerkosten, das macht die Produktion teurer. Aber damit lässt sich die krasse Preissteigerung bei der Peak Abu nicht erklären, das ist eine Windel mit Folie, die sogar nur vorne auf der Klebefläche bedruckt ist. Für die Saugleistung ist der neue Preis meiner Meinung nach voll überzogen. Zum Vergleich, die sehr dicken, saugfähigen und aufwendig bedruckten Reads Kriter Kabus sind für 2,74 Euro je Stück zu haben. So eine krasse Preisexplosion gab es noch nie bei ABDL-Windeln. Zwar haben andere auch die Preise erhöht, aber in einem realistischen Umfang, den man noch irgendwie nachvollziehen kann. 1 oder 2 Euro pro Packung waren schon viel, einige haben deutlich weniger aufgeschlagen. Offensichtlich versucht man, die allgemein gestiegenen Preise auszunutzen und volles Risiko zu testen, wie weit man gehen kann, damit insgesamt noch mehr Umsatz sowie damit Gewinn erwirtschaftet wird. Während ich das Video fertig stelle, hat Abu tatsächlich nach langer Zeit die Preise wieder etwas reduziert. Die Peak Abu kostet nun 32,95 Euro pro Zehner-Packung. Anscheinend konnte der massiv gestiegene Preis die geringeren Verkäufe nicht ausgleichen. Trotzdem ist das noch eine Erhöhung um rund 59% gegenüber den ehemaligen 20,75 Euro und 3,29 Euro sind verglichen mit der Saugleistung aus meiner Sicht weiterhin überteuert. Ich halte das für eine gefährliche Entwicklung, wenn dieses Pokern funktioniert, werden andere Hersteller sicher mitziehen und wir haben bald noch mehr ABDL-Windeln mit Apple-Preisen. Schließlich sind das alles kommerzielle Unternehmen, die ihren Umsatz steigern möchten. Zu derart überteuerten Windeln werde ich daher keine Windeln mehr kaufen, sondern bloß noch meine vorhandenen nutzen, um so eine Preisspirale nicht zu unterstützen. Auch nicht zum derzeitigen Stückpreis von 3,29 Euro. Dafür muss der Preis deutlich vernünftiger in Richtung der 2,08 Euro pro Stück sinken. Bis dahin gibt es ja genug Alternativen. Sogar von Abu selbst, die Little Paws beispielsweise ist noch zu einem relativ akzeptablen Preis zu haben. Außerhalb von Abu gibt es deutlich günstigere Windeln, die ähnlich gut sind und teilweise sogar besser, zum Beispiel mit einer höheren Saugleistung. Wenn ihr euch dafür interessiert, habe ich eine Playlist mit allen Windeltests gemacht. Dort kommen immer wieder neue hinzu, weil der Windelmarkt nicht stehen bleibt, immer wieder erscheinen neue, die ich euch in den Windel-News vorstelle. Ich bin mir sicher, dass dort jeder mindestens eine andere Windel findet, die ihm gefällt und die nicht so teuer ist. Wie bewertet ihr die starken Preiserhöhungen bei Abu? Werdet ihr die Windeln noch kaufen oder steigt ihr lieber auf andere um? Schreibt es gerne in die Kommentare. Bleibt trocken, bis zum nächsten Video.